Was ist denn? Lilly, warum schreist du mich so an? Warum schreist du mich an? Hm? Aber ich kann nicht kuscheln, komm Schatz. Ich muss abwaschen. Hm? Das ist okay. Was soll ich stattdessen machen, Lilly? Was soll ich stattdessen machen? Das machen wir nachher, ja? Ja, machst du. Ja, aber das bringt uns nicht weiter, Lilly. Hm? Dann werde ich doch nie fertig, Schatz. Oh, sieh, dann können wir noch später kuscheln. Hm? Ja, das ist jetzt hilfreich. Wenn du jetzt hier mitmachst, da bin ich mir ganz sicher. Ja, okay. Lilly, das wirkt so nix. Schatzi. Komm, ich muss weiter abwaschen, Lilly. Hm? Ich mag auch aufs Sofa, Mäuschen. Du. Ich möchte auch Feierabend haben. Ja, das muss man auch noch abwaschen. Ja, aber du kannst... Nein, 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 nein. Schatz, du steigst jetzt nicht nach da hinten. Nee, jetzt ist gut. Komm, Lilly, komm wieder runter. Komm. Lass mich fertig machen, ja? Machst du hier gerade Kontrolle, oder was? Unglaublich. Das ist echt unglaublich. Darf ich jetzt weitermachen, Schatz? Hm? Darf ich weitermachen? Ja? Okay, danke. Nein? Oh, Süße. Süße, guck mal. Der oben ist auch noch ganz dreckig. Puh, gerade noch gut gegangen. Lilly, es ist wirklich nicht hilfreich. Also, ich komme nicht schneller aufs Sofa, wenn du jetzt hier die ganze Zeit rumturnst. Schatz, komm runter. Lilly, komm. Komm, Mausi. Komm. Na ja, sehen wir es positiv. Sie war immerhin nicht neu. Sie war immerhin nicht neu. Vielen Dank.